Hi Leute, ich bin's, der Sterzig und herzlich willkommen auf Auch Sterzig, meinem ab jetzt Zweitkanal auf YouTube. Jetzt fragt ihr euch, Sterzig, was lädst du hier hoch? Hauptsächlich, äh, einfach nur uneditiertes, sehr entspanntes, übelgeiles, uncut Gameplay zu vielen verschiedenen Games, aber auch zu random Shit. Ja, das bedeutet, wenn ich ein Video finde, was ich zum Beispiel schon ewig umsitzen wollte oder mal ein Video schauen wollte mit euch über ein Spiel oder zum Beispiel aus meinem Stream ein Element einfach nur unverpackt hier hochladen will, dann werde ich das ab heute tun, ja. Auf meinem Hauptkanal findet ihr weiterhin die, äh, die ganzen editierten Gameplays, geile Aufnahmegruppen und so weiter und so fort. Dort wird High-Quality-Shit weiterhin erscheinen, aber hier wird, äh, quasi einfach nur uneditiertes Gameplay hochgeladen. Und darauf freue ich mich sehr, ja. Ich werde die dedizierte Aufnahmen für diesen Zweitkanal machen, ich werde, äh, aus dem Stream-Elemente herausnehmen und hier hochladen, ich werde mir, äh, Gedanken machen, was uncut ganz witzig wäre und einfach hier auf diesem Kanal spammen, ja. Upload-Technisch wird auf jeden Fall häufiger als auf dem Hauptkanal hochgeladen, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, beispielsweise schauen wir mal ganz kurz hier in mein YouTube-Studio. Äh, wir haben sechs Abonnenten. Wir sind heftig schon am Produzieren. Zum Beispiel meine ganze Elden Ring-Reihe, ja, die ich auf meinem Twitch geletsplayt hab, die hab ich alle jetzt schon hochgeladen. Nach und nach kommen hier Sachen aus dem Stream, wie gesagt, dedizierte Aufnahmen und alles drum und dran. Abonniert gern rein, ich freue mich drauf. Äh, abonniert auch gern meinen Hauptkanal, falls ihr das noch nicht habt for some reason. Viel Spaß, euer Sterzig oder auch, euer auch Sterzig. Super. Ja, tschüss.